Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trading Idee. Heute ist Montag, der 12.06. und ich möchte mit euch AdWord LifeScience besprechen, denn ich beabsichtige ein Zertifikat auf die Aktie zu kaufen, denn die Aktie selbst habe ich schon seit Jahren im Portfolio. Ja, das was ihr hier seht, das ist der langfristige Chart, das Big Picture von AdWord LifeScience und der Trend zeigt eindeutig nach oben. Seit 2000 kennt AdWord LifeScience nur eine Richtung. Was machen sie? AdWord LifeScience ist ein US-amerikanischer Anbieter von Produkten und Technologien zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das ist für uns ein Megatrend. Wir werden immer mehr Menschen, die Menschen werden teilweise immer älter, nicht immer gesünder und gerade die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind da ein ganz, ganz großes Thema und dabei spezialisiert sich dieser Konzern mit seinen Technologien, insbesondere auf die Therapie von strukturellen Herzerkrankungen und schwer kranken Patienten. Mit seinem Portfolio gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern und Kunden sind Krankenhäuser, Spezialkliniken, aber auch ein paar niedergelassene Ärzte. Ja, und ich schaue mir das Ganze dann genauer an. Unten seht ihr die sogenannte Underwater Equity. Wir haben bei AdWord LifeScience einen Rücksetzer im Jahr 2022 gesehen von über 40%, nachdem im Vorfeld ein gutes Stück gut gemacht wurde im Trend und ich möchte diese Rücklaufgelegenheit zum Einstieg nutzen und zwar nicht nur in der Aktie selbst. Ich bin da selbst investiert seit 2015, 2016. Ich möchte das Ganze über ein Zertifikat begleiten und dabei ist die Frage, kippt das Ganze noch zur Unterseite ab? Wäre nicht so schön, könnte ich als Investor zwar günstiger einsteigen. Ich denke, der Trend an sich wird langfristig weiterhin nach oben zeigen, aber ich glaube eher, dass das jetzt weitergeht. Warum? Es ist die klassische Trendfolge. Nach Trendauszahlungsphasen kommen Korrekturphasen und neue Trendfolger steigen ein, wenn das Gesamtkonzept stimmt, der Megatrend da ist und das Unternehmen gut ist. Ich habe euch hier mal die Qualitätskriterien aus dem TraderFox mit reingenommen. Das ist das Aktienterminal. Da seht ihr, dass Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Rentabilität volle Punktzahl abliefert. Das Unternehmen ist super aufgestellt. Dazu kommt, die Volatilität ist auch wunderbar, gerade in letzter Zeit, auch wenn der Rücksetzer zukommt. Aber das betrifft ja auch einige Aktien, gerade im Healthcare-Sektor. Und da hat sich Edward Life Science relativ gut geschlagen. Die Finanzverschuldung ist gut und insgesamt empfinden wir das Ganze als eine hochinteressante Chance, um hier einzusteigen. Ja, und um das Timing zu verbessern, da verwende ich die Saisonalität. Das ist die Statistik, die im Hintergrund steht. Und das, was ihr hier seht, ist der Trend. Also der Trend wurde noch nicht rausberechnet. Der saisonale Chart mit Trend von Edward Life Science in den letzten 15 Jahren. Und das sieht hier schon mal insgesamt sehr gut aus. War kein Wunder, weil ich hatte euch das Big Picture ja gezeigt. Der Trend zeigt von links unten nach rechts oben. Wir rechnen den Trend raus. Dann können wir die Schwünge etwas besser erkennen. Und da seht ihr, ja, es gibt im August, September, Oktober, November eine Rücksetzerphase. Das heißt, als Investor müssen wir die entweder durchstehen oder wir müssen die zum Einstieg nutzen und uns vorher vorbereiten. Worauf ich euch aber gerade hinweisen möchte, ist diese Phase hier. Wir stehen gerade heute in dem Bereich, wo eine gute Trendbereich, also eine gute Phase, ein Zeitfenster geöffnet ist, das wir nutzen können. Vom 12. Juni, also heute bis zum 25. Juli. Das sind ungefähr 30 Handelstage. Und da war in der letzten Zeit die Trefferquote außergewöhnlich hoch. Von 15 Trades ging 14 ins Grüne, in den Gewinn. Und nur ein Verlusttrade steht dem entgegen. Dieser Verlusttrade war ein bisschen größer. Das war 2011. Aber ich denke, die Statistik spricht hier eine eindeutige Sprache. Und wir werden die Chance versuchen zu nutzen, um dann den Ausstieg im spätestens Ende Juli zu finden. Und das wäre an diejenigen, die den Trade mitmachen wollen, dann eben auch zu erfüllen. Das Zeitfenster läuft bis zum 25. Juli. Und ab dem Zeitpunkt ist der Trade dann auch zu schließen. Und für die Investoren habe ich hier nochmal diese Grafik mit reingenommen. Die kommt wieder aus dem Aktienterminal von TraderFox. Denn wir schauen neben den fundamentalen Daten natürlich auch weiter in den Hintergrund hinein. Und da sehen wir hier das Fair Value. Und zwar nach dem Umsatz gemessen. Der Gewinn ist immer so eine Sache. Der kann etwas schön gerechnet werden. Es sind auch verschiedene Bilanztricks möglich. Beim Umsatz ist das deutlich schwieriger. Und hier sehen wir Folgendes. Also AdWord Life Science. Normalerweise läuft das in einer Tour in der Überbewertung nach oben. In Corona, das war hier 2020, gab es mal einen temporären Rücksetzer auf 10-20% Unterbewertung im Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung und dem Umsatz. Das wurde sofort zum Kauf genutzt. Bei vielen Aktien kennen wir. Und es ging zack zurück in dieser Überbewertung nach oben. Dann 2022 gab es einen Break, eine Korrektur. Healthcare-Werte sind insgesamt korrigiert. Und AdWord Life Science wurde brutal abgestraft. Auf 10-20-30, fast 40% unter seinem fairen Wert, gemessen am Umsatz. Und seitdem erholt sich das. Wir hatten auch in den Webinaren ab und zu mal einen Hinweis dazu gegeben. Und jetzt kommt diese Saisonalität mit 93%. Und ich denke, die Chance könnte da sein, dass in den nächsten 30 Tagen ein Angleichen an das Fair Value einsetzen könnte. Und genau das ist es, was wir für uns nutzen wollen. Wenn du ein Investor bist und wie ich, und da schauen wir gleich nochmal genauer drauf, langfristig investieren willst. Und ich habe meine Positionen hier eingesammelt. Da war AdWord Life Science schon in der Überbewertung drin. Ich wollte den Trade langfristig nutzen. Dann ist jetzt sowieso ein guter Einstiegszeitpunkt, also langfristig gesehen. Aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass es nochmal etwas günstiger wird. Da würde ich mich aber nicht ausstoppen lassen. Da nutze ich einen sogenannten Investor-Stop. Ich überlege mir das eingesetzte Kapital, das ich diesem Unternehmen anvertrauen möchte. Und das ist eben das Risiko, das ich hier nehmen möchte. Da kommt kein Stop-Loss und nichts rein. Und da empfinde ich AdWord Life Science insgesamt als attraktives Einstiegsniveau. Ja, jetzt nehmen wir meine Crash-Indikatoren, nein nicht die Crash-Indikatoren, sondern die Intermarket-Indikatoren mit dazu. Wir setzen AdWord Life Science mal ins Verhältnis zum Anleihendevisen- und Rohstoffmarkt. Und so sieht das hier bei uns aus. Du siehst, das ist der Wochenchart, also der Investor-Ansatz im Weekly. Und ja, ich habe hier nochmal gekennzeichnet, hier haben wir damals nochmal aufgestockt, 2016, in diesen Rücksetzer hinein, um den Trend zu nutzen. Und genau dieses Szenario möchte ich jetzt hier wiederholen. Im Prinzip haben wir ja schon darauf hingewiesen, aber jetzt wollen wir das mit einem Zertifikat probieren. Die Indikation ist am Steigen, leicht am Stagnieren. Finde ich jetzt noch nicht so problematisch. Der Trend scheint an sich zu treffen und ich glaube, diese Korrektur, die ist vorbei. Die wurde abkorrigiert in der Unterbewertung. Hier seht ihr auch, die Unterbewertung gegenüber den Anleihenmärkten ist auch eingesetzt. Das ist genau dieses Trendwende- und Wechselwirkungsschema. Und wir spekulieren jetzt darauf, dass eben hier ein Schub zur Oberseite kommen könnte. Ja, da zoome ich jetzt mit euch mal rein und dann schauen wir uns auch das passende Zertifikat an, das ich da für mich herausgesucht habe, das ihr durchaus auch mitmachen könnt. Zuletzt wurden gute Zahlen vorgelegt. Also Edward Life Science konnte die Misere, die hier und hier stattfanden, die eben auch zu der Korrektur fanden, ausgleichen und ist wieder auf der richtigen Schiene. Die Intermarket-Indikatoren waren auch hier leicht überbewertet. Die haben das Ganze jetzt abgearbeitet und auf der Trendlinie und der 200-Tage-Linie fängt die Indikation an zu drehen. Das ist mein Top-Setup, um in einen Markt einzusteigen. Und ich habe mir dieses Zertifikat hier rausgesucht. Das ist ein Knockout-Zertifikat mit einem K.O. Der K.O. liegt bei 62,80. Also das ist hier in dem Bereich. Dann wäre das Zertifikat ein Totalverlust. Ja, der Hebel liegt ungefähr bei 3,9 aktuell. Und ich will die Phase bis Ende Juli mit diesem Zertifikat hier verwenden, um auf einen positiven Trade zu spekulieren. Das Open-End-Zertifikat ist von Goldman Sachs und hier seht ihr die WKN GH9-TKB und die werde ich mir ins Depot legen. Als Aktie bin ich ja schon investiert. Wir werden hier jetzt nicht weiter aufstocken, aber wenn du noch keine Aktie an sich hast, dann kannst du diese Gelegenheit, wenn du möchtest und das attraktiv findest, ja für dich als Gelegenheit nutzen. Und diese hochinteressante Aktie mit Top-Qualität für dich einsammeln.